Wir betrachten jetzt Partitionierungen bezüglich Tilde N. Die nenne ich und dann sage ich einfach, die Äquivalenzklassen bezeichne ich mit N.0, E, N.1 und so weiter. Wie viel es halt gerade da gibt. Ist auf jeden Fall eine endliche Anzahl. Also sozusagen hier, das ist die erste Äquivalenzklasse bezüglich Wortlänge N. Das ist die zweite Äquivalenzklasse bezüglich Wortlänge N und so weiter. Es ist einfach nur eine Bezeichnung, dass ich hier unten sozusagen so zwei Indizes habe. Einmal der erste Index, der sagt gerade, wo befinden wir uns hier bezüglich welcher Wortlänge. Und der zweite ist einfach eine fortlaufende Nummerierung. Ich starte mal bei 1, das ist irgendwie schwer. Also ich fange an bei das erste bis zum letzten. So und die Idee ist jetzt die folgende. Mein Start ist einfach die Unterscheidung bezüglich Wortlänge 0. Das besteht aus den beiden Äquivalenzklassen E.0.1 und E.0.2. Sozusagen diese Null hier vorne und E.0.1 ist das folgende. Das sind einfach alle finalen Zustände, die wir eben auch schon hatten. Q1 ist final, Q3 ist final. Ja, das ist im Prinzip diese Äquivalenzklasse. Und die zweite Äquivalenzklasse ist diese hier. E.0.2 ist dann Q2, Q4, Q5 und Q6. Ich mache jetzt wieder eine Tabelle auf. Im Prinzip genauso wie eben auch. Wir hatten Q1, Q3, Q2, Q4, Q5 und Q6. Ich schreibe jetzt einfach mal die Äquivalenzklassen darüber. Ich trage jetzt hier nicht die Zustände ein, die da rauskommen, sondern die Äquivalenzklassen. Wenn ich in Q1 bin und ein A lese, dann lande ich in Q2 und Q2 liegt in E.0.2. Einfach nur eine andere Darstellung. Wenn ich in Q1 bin und das B lese, lande ich ebenfalls in E.0.2. Wenn ich in Q3 bin, passiert genau das Gleiche. Ich lande jeweils in einem nicht finalen Zustand. Alle ausgehenden Kanten von Q1 führen in nicht finalen Zustände. Das Gleiche ist bei Q3 auch der Fall. Ich mache in einem Schritt die Berechnung und ich mache sozusagen auch die Unterscheidung, die ich hier mit dieser gelben Farbe markiert habe, nämlich die Unterscheidung in unterschiedliche Äquivalenzklassen. Dann kommt hier auch E.0.2 raus, E.0.1. Ich markiere jetzt hier nochmal auch diejenigen, die sozusagen finale Zustände enthalten. Das ist halt die Äquivalenzklasse E.0.1. Also auch hier wieder die gleiche Unterscheidung, die wir eben auch hatten. Nach diesem ersten Schritt, also Worte bis Wortlänge 1, kriegen wir eine neue Partitionierung. Das nennen wir E.1. E.1. besteht aus E.1.1. Das bleibt das E.0.1. Also da hat sich ja nichts getan. Das bleibt so. Dann haben wir E.1.2, E.1.3 und E.1.4. So, welche sind das? E.1.1 bleibt so. Das bleibt Q1, Q3. E.1.2 bleibt, das wird Q2. E.1.3 wird Q5. Wie ich die benenne, ist ganz egal. Oder in welcher Reihenfolge ich die betrachte, das ist unwichtig. Und E1.4 bleiben dann Q4 und Q6. Eben müsste ich alle Wörter der Wortlänge 2 betrachten. Das kann ich mir jetzt sparen. Jetzt arbeite ich nämlich mit der folgenden Tabelle. Ich schreibe wieder eine Tabelle hin. Q2, Q5, Q4 und Q6. Und ich muss jetzt nicht mehr Worte bis Wortlänge 2 betrachten, sondern ich muss wieder nur A und B betrachten. Ja, jetzt greift im Prinzip der dritte Teil dieses Lämmers, was wir da eben hatten, ne, der zweite Teil, der hier. Jetzt baue ich das hier ein, dass ich sozusagen das rekursiv oder induktiv betrachte. Kann ich wieder nur mit Wortlänge 1 arbeiten und wieder diese Tabelle aufbauen. Gucke jetzt an, so, wo lande ich denn jetzt hier bezüglich dieser neuen Partitionierung? Wir hatten hier E.1.1. Das ist E.1.2. Das ist E.1.3. Und das ist E.1.4. So, jetzt fülle ich das wieder aus. Wenn ich ein A lese, dann lande ich in E.1.2. Also ich gucke mir jetzt an, in welcher Äquivalenzklasse lande ich bezüglich dieser Partitionierung, die ich hier oben drüber geschrieben habe. Hier lande ich in E.1.3. Hier lande ich in E.1.2. In E.1.3. In E.1.4. In E.1.1. Q2. Q2 mit einem A und einem B. Mit einem A lande ich in Q5 und mit einem B lande ich in Q3. Hier muss eine 3 hin. Q5 ist E.1.3 und E.1.1 ist richtig. Q5 bleibt in E.1.3. Q4 mit einem A kommt da hin und E.1.1 und E.1.3. Und Q6 ist auch E.1.1 und E.1.3. Ich kennzeichne hier auch wieder mal die mit den finalen Zuständen. Und die Aussage ist jetzt, ich kriege hier keine weitere Verfeinerung der Äquivalenzklassen. Die Äquivalenzklasse E.1.1, die bleibt so. Da hat sich nichts getan. Ja, dieses Antwortverhalten der beiden ist gleich, der beiden Zustände. Hier kann ich eh nicht weiter aufteilen. Ja, und hier ändert sich auch nichts. Das heißt, keine weitere Verfeinerung. Das heißt, wir sind fertig. Und jetzt können wir hier sozusagen ablesen, den Automaten, den Minimalautomat. Denn der Automat, der jetzt hier rauskommt, ist derjenige, der minimal ist unter allen, die diese Sprache erkennen. Und wir können jetzt im Prinzip diese Bezeichnung hier verwenden, diese Äquivalenzklassen. Also Äquivalent sind Q1 und Q3. Das ist jetzt beispielsweise ein Zustand. Das ist auch der Zustand, der final ist. Es ist auch gleichzeitig der Zustand, der Startzustand ist, weil Q1 als ursprünglicher Startzustand dort enthalten ist. Dann haben wir den Zustand E.1.2. Wir haben den Zustand E.1.3. Und wir haben den Zustand E.1.4. Und jetzt können wir hier ablesen. Von E.1.1 kommen wir mit einem A nach E.1.2. Mit einem B kommen wir nach E.1.3. Das stimmt nicht, hier passt was nicht. Die sind falsch. Von Q1 zu einem B, da kommt E.1.4 hin. Das heißt, mit einem B kommen wir hier hin. Also ich kann jetzt direkt aus der Tabelle ablesen. E.1.3, das ist ein A. E.1.1, das ist ein B. Q5, der bleibt hier. Das war dieser Federzustand A, B. Und hier komme ich mit einem A wieder zurück. Und mit einem B komme ich hier hin. Das ist der Automat, der sich ergibt. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben jetzt die Zustände, die äquivalent sind. Q1 und Q3 haben wir als äquivalent identifiziert. Die haben wir jetzt hier in einem Zustand zusammengefasst. Das gleiche mit Q4 und Q6. Auch die beiden sind äquivalent. Auch die haben wir hier in einem Zustand zusammengefasst. Gehen wir mal auf das Bild hier. Ja, also diese beiden hier, Q1 und Q3 sind äquivalent. Die beiden sind äquivalent. Das Ding, was wir konstruiert haben, das ergibt sich jetzt aus dem, was wir zuvor gemacht haben. Der Automat ist äquivalent zu, ich nenne ihn jetzt mal hier oben A-Stern. Und A-Stern war dieser hier. Das heißt, die akzeptieren die gleiche Sprache. Minimal.